Düsseldorf, die lebendige Metropole am Rhein. In Düsseldorf sind 600.000 Einwohner zu Hause, die sich glücklich schätzen, in einer der lebenswertesten Städte der Welt zu wohnen. Der moderne Medienhafen ist eines der architektonischen Highlights Düsseldorfs. Rund um das Hafenbecken fügen sich alte und neue Gebäude zu einem bunten Ensemble. Als ein Wahrzeichen gelten die Gheri-Bauten, drei vom Star-Architekten Frank O'Gheri gestaltete Gebäude mit gekrümmten Fassaden. Weithin sichtbar ist der 240 Meter hohe Rheinturm. Ihm zu Füßen liegt das Stadttor mit Staatskanzlei und der Landtag der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf. Die beiden Rheinseiten verbinden sieben Brücken, darunter die Oberkasseler Brücke. Das linksrheinische Oberkassel gehört zu den begehrtesten und teuersten Wohnvierteln in Düsseldorf. Von den linksrheinischen Rheinwiesen genießen Sie den schönsten Blick auf das Altstadtufer. Düsseldorf ist Modezentrum und international bekannt für seinen mondänen Prachtboulevard, die Königsallee, kurz Köh genannt. Neben exklusiven Geschäften und Galerien gibt's dort auch attraktive Einkaufsmöglichkeiten für Normalsterbliche. Ein Bummel über die Köh lohnt sich immer. Es gibt viel zu sehen. Über die Schadowstraße führt der Weg zum neuen Köhbogen, wo der Architekt Daniel Liebeskind einen sehenswerten Gebäudekomplex geschaffen hat, der Einzelhandel und Gastronomie beherbergt. Ein schöner Ort zum Shoppen und Entspannen. Jede Menge Museen und Galerien locken Touristen in die Kunstmetropole Düsseldorf. Der Dicke und der Dünne streiten in der Altstadt miteinander. Nicht weit entfernt sitzt Kurfürst Jan Wellem hoch zu Ross vor dem Düsseldorfer Rathaus. Bei gutem Wetter zieht es Einheimische und Touristen gleichermaßen an die Rheinuferpromenade. Besonders beliebt ist die Rheintreppe am Burgplatz, von der man einen wunderbaren Blick auf Rhein- und Sonnenuntergang genießt. Eine Tour durch die Altstadt mit ihren engen Gassen und urigen Bierlokalen ist ein absolutes Muss für jeden Düsseldorf-Besucher. Die längste Theke der Welt gilt als Synonym für die Altstadt. Ein leckeres Altbier vor dem Ürige ist der perfekte Abschluss in Düsseldorf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017